Ihnen gehört die Zukunft. Das hofft zumindest die WWE. Was ging ab beim goldschwarzen Brand? Wer konnte aus der Masse herausstechen? Wer steht vor dem Sprung nach oben? Welche Storys laufen und bei wem sieht es gar nicht so rosig aus? Black & Gold Update mit unserem Roundup zu WWE NXT. Warum sagt der Mann da vor uns immer noch Roundup, obwohl es schon seit langer Zeit wieder eine Review ist? Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser NXT-Review. Auch diese Woche heißt es Great American Bash und damit USA! 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 Wir haben Zeit! USA! Nein, das ist geil. Wir sind wieder da. Wir sind wieder auf YouTube, nachdem das letzte Woche wunderbar geklappt hat. Also die ganze Spotify-Community ist heiß auf NXT und auf den Peer. Ich begrüße dich. Hallo Peer. Einen wunderschönen Great American Bash nach zwei. Wir lieben ja Amerika und deswegen feiern wir einfach zweimal Amerika. Einmal letzte Woche oder einmal diese Woche. Ich finde das gut. Das machen wir auf YouTube. Und zwar jetzt. Ja, das ist gut. Also auf YouTube ist immer toll. Ich habe eine neue Miss Our Ghost. Kennst du sie? Na, wer ist das? Hier, Karte, Analyse. Guck mal, ha? Siehst du? Siehst du da hinten? Oh, du hast sie auch umgeblättert. Ich musste ja, im Summerslam musste ich das revealen, weil du das nicht revealen wolltest. Dann musste ich im Watchalong zeigen, wer Miss August ist. Ich habe das revealed in der Smackdown Review und das hat auch keiner geguckt. Da seid ihr selber schuld. Das ist natürlich Carmen Petrovic, unsere Schwertlady. Die kommt heute, glaube ich, gar nicht vor. Da habe ich auch ein großes Schwert in der Hose, wenn ich das sehe. Was? Ja, das streiche ich mir weg. Wir sind auf YouTube her, das sollen wir nicht sagen. Ach Mist, stimmt. Weiß. Ja, Carmen Petrovic kommt heute nicht vor. Das macht aber auch nichts. Wir feiern sie trotzdem, denn wir machen jetzt NXT Great American Bash. Wäre schön, wenn ihr uns alle supporten würdet. Macht Daumen nach oben. Aktuell war NXT sowieso besonders gut. Ja, macht Kommentare. Schreibt einfach jeder einen Kommentar. Bitte. Ich möchte jeder einen Kommentar. Ich möchte mehr Kommentare als Klicks haben auf dieser Review. Ist so. Ist so. Übrigens, Marcel, ich bin sehr sauer. Ja? Was? Warum? Auf den Tobi. Ja, ich auch. Warum? Weißt du wieso? Weil? Ja, habe ich verarscht bei Summerslam. Was? Ich komme vom Weinfest, schlafe nochmal drei Stunden, damit ich fit bin für den Watchlong die ganze Nacht. Und dann lässt ich mich hier aus dem Lummerland aufgestanden, ganz verschlafen vor die Kamera. Und dann erzählt er mir, dass der Gunther verletzt ist, dass er eine Schulterverletzung hat. Und der ganze Scheiß-Chat spielt mit. Alle verarschen mich. Und ich, bis diese Scheißmusik ertönt ist, diskutieren wir noch darüber. Diskutiere ich darüber. Ja, wen findet man denn jetzt als Ersatz? Die WWE schon wieder mit ihrem False-Advertising und so. Das ist ja wirklich scheiße. Und dann ertönt die Musik nicht so. Ach, vielleicht kann er ja doch noch dieses Match worken. Wäre ja krass. Aber das kann ja nicht sein, dass er für den Bäschen Berlin dann verletzt ist und so. Und dann haben die gesagt, dass sie mich verarscht haben. Und ich war schon die ganze Zeit so, haben diskutiert, okay, wer ersetzt Gunther dann jetzt gegen Damien Priest den ganzen Abend? Das war wirklich geil. Ja, das ist ja lustig. Und warum ist Tobi dann schlecht? Du bist doch schlecht. Hättest ja nicht drauf reinfallen müssen. Ja, aber der hat einfach meine Situation, dass ich verschlafen war, ausgenutzt. Fand ich nicht gut. Ja, man geht ja auch nicht aufs Weinfest, wenn die große Party des Sommers nachts ist. Geht ja auch nicht. Mit Tobi Torpedo wieder? Ja, natürlich. Der ist immer da, wo Wein ist. Klar. Ja, das ist ja lustig. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich war ja nicht im Stream drin. Also mach das. Twitch.tv.spotfire.de. Könnt ihr das wahrscheinlich nochmal real live gucken. Ich gucke mir das nochmal an. Also wenn Pär verarscht wird, das finde ich sehr lustig. Ich war woanders. Aber ich habe danach ja die Review gemacht. Richtig gute Review. Richtig Spaß gemacht mit Chris und Tobi. Lustig war es. Cool. Ja, wolltest du noch irgendwas zum SummerSlam sagen? Kannst du ja. Das ist ja deine einzige Plattform. Review war es ja nicht drin. War geil. 10 von 10. War geil, ne? Siehst du, auch du. Wir sind 10 von 10er. War geil. Also ich muss sagen, ich habe zwei 10 von 10 Shows gesehen mit Rohn auch hinten raus. Jetzt muss es auch mal gut sein. Also Great American Bash, zum Glück war es keine 10 von 10. Ich hätte das nicht ertragen. Ich kann das nicht. So viel Gutheit kann ich nicht. Wir haben uns verredet. Fünf Minuten haben wir das schon? Ich weiß es doch auch. Nee, nee, nee. Wir haben hier noch eine Minute. Wir haben noch ein bisschen. Deswegen musst du mich fragen, wie der Tag heute ist. Wir hätten jetzt auch eigentlich theoretisch heute ein bisschen langsamer machen können. Ja, das könnte ich gleich mal machen. Aber wir hätten jetzt auf YouTube mal gesagt, wir können eine knackige Review machen. So 30 Minuten. Vielleicht klicken da mehr Leute drauf. Ja. Sollen wir es beeilen? Nee. Ja. Ja. Hm. Nee. Ja, das ist ja Blödsinn. Die klicken ja trotzdem nicht drauf. Warum sollten die dann draufklicken, nur weil es 30 Minuten sind? Sind die so? Ist das so aufmerksam? Aufmerksamkeit Spanne bei denen? Ja, ich glaube schon. Die ganzen jungen Leute, weißt du auch, in meinem Alter, die halten nicht mehr so lange durch. Information Overload. Lebt man das in der Medienpsychologie. Ja, das habe ich jetzt schon wieder nicht verstanden, ne? Ja, natürlich nicht. Du bist ja auch alt. Ja. Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben. Ich schreibe mir so ein bisschen was auf am Anfang, dass du mir so ein bisschen was zu sagen hast. Aber welcher Tag ist denn jetzt heute? Die Leute warten ja drauf, ne? Wie frage ich das immer? Was sage ich dann immer? Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, du darfst das nicht sagen. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, heute ist der 7.8. 2024. Hm. Ja. Und es ist der Tag der Drehtür. Das weiß man aber, Peer. Denn Theophilus van Kenel, so heißt der gute Mann, hat die Drehtür 1888 zum Patent angemeldet. Das heißt, wir feiern heute auf den Tag genau 136 Jahre Drehtür. Glückwunsch. Und gefallen heute. 136 Jahre. Ja. Stabil. Ich wollte. Bin ich ehrlich. Verdammt. Ich wollte. Ah, Mist. Ich wollte dich eigentlich fragen, was glaubst du denn, wie lange, wie alt die Drehtür ist? Weil das weiß man nicht. 136. Stell dir mal vor, du hättest das nicht gewusst. Ne, was hättest du gedacht? Was hättest du gedacht, wie alt die Drehtür wird? Ach so, eine Uni? Doch, eine Uni. Eine Uni hättest du schon gedacht? Ja, doch. Ich hätt's nicht gewusst. Ich meine, es ist ja auch kein Kunstwerk, sag ich mal, ne? So eine Tür, die sich dreht zu konstruieren, oder? Hätten auch die in die Andertaler gekonnt. Die haben ja nicht mal ein Rad gekonnt, was sich dreht. Die können ja eine Tür, die hatten ja auch gar keine Türen, die in die Andertaler. Naja. Ja, nee, also wenn ihr in die Kommentare, schreibt das doch in die Kommentare. Seid ihr jetzt überrascht, dass die Drehtür 136 Jahre alt geworden ist? Und sollen wir über NXT reden? Das könnt ihr vielleicht auch in den Kommentaren. Wir schreiben, wir reden zu viel über NXT, diese NXT-Review, oder? Schwierig. Ja. Komm, wir feiern jetzt den Great American Bash. Es ist ja USA und so, und USA lieben wir. Letzte Woche war ja auch eine Show, war ja auch okay, ne? Ich habe aber noch eine zweite Frage, eine zweite Frage für dich, ganz ungewohnt. Du sag mal, hast du eigentlich Level Up geguckt diese Woche? Ah, diese Woche war zeitlich ein bisschen schwer. Hm, hm. Aber trotzdem hast du geguckt, oder? Ja, war schwer, aber ich habe es geguckt natürlich, klar. Ja, wie fandst du? Selbstverständlich. War knackige 30-Minuten-Show, ließ sich gut weggucken. War sehr kurzweilig. Die Matches. Ja, ja, knackige halbe Stunde. Ich frische dein Gedächtnis ein wenig auf und sage, wer gewonnen hat. Tatum Pexley hat gewonnen gegen Tyra May Steele, wer immer das ist. Riley Osborn hat gewonnen gegen Shiloh Hill, wer immer das ist. Malik Blade hat gewonnen gegen Lucien Price, den kenne ich. Das sind die drei Mittels. Was sagst du dazu? Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, an alle Sieger und Siegerinnen. Und herzlich willkommen an alle Neulinge, die wir hier zum ersten Mal bei NXT Level Up gesehen haben. Ihr werdet eine große Zukunft haben. Wir freuen uns darauf, euch auch baldigst im Main Roster, also nicht im Main Roster, sondern im NXT, richtigen NXT TV begrüßen zu dürfen. Oder halt bei unserer 200. Level Up Ausgabe, wenn wir die Review wieder machen. Ja, wir haben jetzt 129, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder machen wir auch die 150. Nee, das ist zu viel. Das ist ein Overkill. Das wollen die Leute nicht. Weißt du, wenn du 150. feierst, dann denken die, wir machen jeden Scheiß mit. Nee, nee, 200. Das machen wir ganz groß. Und wenn ihr auch neu seid, wenn ihr nicht nur neu bei Level Up seid, wenn ihr neu bei NXT Review seid. Hallo, wir sind das Spotfight Team. Das da ist der Weber, ich bin der Pär. Und wir machen hier ein bisschen NXT. Wenn ihr denkt, wir reden über NXT, das passiert jetzt. Also ihr hättet auch skippen können, aber wusstet ihr ja nicht. Nächstes Mal wisst ihr Bescheid. Oder ihr skippt NXT und hört jetzt auf. Dann sage ich Tschüss, Dankeschön und auf Wiedersehen. Das war schön mit euch. Dann jetzt geht es nur noch um NXT. Haltet die Hände über der Bettdecke. Bis zum nächsten Mal. So, und alle, die noch dran sind, ich möchte euch begrüßen zum Great American Bash. Denn jetzt sind unsere Hosts da, Hank and Tank. Und ich sage dir, zweite Show in Folge und sie sind das zweite Mal, kein einziges Mal in der Halle. Die ziehen das durch. Das sind die geilsten Typen überhaupt. Ja, geil. Und die begrüßen uns jetzt aus dem Auto und machen so ein Vlog. So, was letzte Woche alles abgegangen ist. Mit Bildern von letzter Woche. Krasse Show gewesen. Die haben zum Beispiel beim Contract-Zeit von Ethan Page und Oromen Saha an der Tür gelauscht. So, und jetzt sind diese Woche wieder die gleichen Fressalien aufgebaut, wie letzte Woche. Da ist so ein Tisch, der steht da, da ist alles aufgebaut. Jetzt sind die halt eine Woche älter. Das ist beim Cold Slow vielleicht noch in Ordnung, aber beim Kartoffelsalat könnte das schwierig werden. Hätte man kühlen sollen, glaube ich. Hat auch keiner gegessen. Bei den Schiffs weiß ich auch nicht, die werden ja so labbrig, mit dem Laufe der Zeit. Also, wenn du die wirklich nicht luftdicht verschließt, dann werden die so Schal, sag ich mal. Kann man sagen, Schal? Die werden so in der Schale drin, ja. Die waren Schal. Ja, und die werden aber auch Schal. Die sind in der Schale drin und die werden auch Schal. Ja, und die haben eine Schale. Die knuspern dann nicht mehr. Die deutsche Sprache, genau, abgeknuspert wird. Ich habe mir aber gefragt, wer ist das denn alles? Für wen ist dieser Tisch da aufgebaut in der Halle? War nie einer dran. Nee, ne? Also, man hätte das ja für die Fans machen können. So ein bisschen Catering. Hier, nehmt euch mal einen Hotdog, einen Burger, ein bisschen Chips. Ja. Wäre so ein BWE-Like, einfach so das Essen von letzter Woche da so hinzustellen für die Fans. Ja, wir haben noch was übrig übrigens, heute gratis, von letzter Woche. Ja. Verfallsdatum abgelaufen, aber na egal. Eine Woche im PC. Ja, nee, geil. Ja, nee, auch keine Ahnung, aber wir kommen gleich dazu. Wir werden gleich noch über Essen reden, das ist doch schön. Erstes Match der Nacht. Pitang gegen Trick Williams. Ja, warum denn nicht? Booker T ist bei Trick's Entions wieder voll dabei. Ah, ah, like it und so weiter, ne? Pitang zerlegt jetzt die Knorpel von Trick Williams. Das kennt man ja bei so einem Händchenbollen, ne? Wenn man den so durchknackt, dann hängt das immer noch so ein bisschen dran, ne? Das hängt bei Trick Williams jetzt nicht mehr so. Und Tank? Ja, das hängt in Tank. Nee, also Trick Williams hat jetzt einen Knorpelschaden. Der powert sich aber ins Match rein, das ist schön, aber am Ende kurz und knackig, relativ witzlos, bitter end. Pitang gewinnt, das war es. Unser großer Trick Williams, einfach so geschlagen von Raw. Superstar, Pitang. Ja, relativ witzlos, so wie das neue Gimmick jetzt von Pete Dunne, ne? Der bittere, der bittere Pete Dunne mit dem bitter end, ja. Der Antibusch. War eigentlich eine ganz interessante Ansetzung. Also die beiden haben sich jetzt dieses Match schon ein bisschen aufgebaut, auch wenn er auch vor eigenartig war, ne? Pete Dunne hat ja einfach irgendwie Trick Williams nachgestellt und saß dann immer da, wo Trick Williams auch war und hat dann immer mit den Schultern gezuckt und immer so gesagt, ah, du kannst ja gar nichts, bliblablub. Ja, jetzt ging der Fight hier los und es sind ja wirklich zwei ganz, ganz unterschiedliche Wrestling-Typen, die da aufeinandertreffen, ne? Pete Dunne, der sehr, sehr technisch versiert ist und Trick Williams, der ja einfach der komplette Showman ist, ne? Also auch, wenn er seine Schläge wieder ansetzt, da muss ich immer, ich muss immer so ein bisschen grinsen, da hat so ein bisschen was von The Rock, wenn er schlägt. Also er ist wirklich so der klassische Showman einfach und dafür fand ich das Match aber gar nicht so schlecht. Also ich hab's, ehrlich gesagt, schlimmer erwartet, weil ich dachte, dass diese beiden Wrestling-Stile nicht gut miteinander koexistieren können, aber dafür war es eigentlich ganz okay. Pete Dunne hat seine technischen Sachen durchgezogen und durfte am Ende sogar clean den Trick Williams besiegen, wo ich mir dachte, oh, Trick, also seit dem Titelverlust, beziehungsweise seit dem Titelgewinn ging es für dich eigentlich nur noch bergab. Ja, seit dem Gewinn, das ist das Entscheidende, weil da war der auch nicht gerade ein bisschen noch gewonnen, aber war ja nicht so spannend. Ja, es ist natürlich das Alte, also wenn einer von Raw oder SmackDown kommt, dann ist der erstmal generell megastark im Vergleich zu den anderen. Das bleibt so drin, aber ich hätte gedacht, bei den Trick Williams, dass man das zumindest ein bisschen anders macht. Also bei den Topstars, dass die dann mithalten können, das haben sie nicht gemacht. Der hat jetzt Pete Dunne eine große Fede, vorsichtig gegen Sheamus, jemalsu, aber das hat mich schon überrascht. Also Trick Williams wird jetzt komplett vollendelassen irgendwie, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Naja. Ich sehe auch keine Richtung für ihn, wo es jetzt noch hingeht, gibt es jetzt einen Rematch gegen Pete Dunne, warum? Er hat ihn clean besiegt, also gibt es eigentlich für mich keinen Grund für. Trick Williams hat ja auch noch, glaube ich, der ist doch auch irgendwie in die Halle reingelaufen, und hat dann so gesagt, ja, ich will übrigens meinen Titel wieder haben, Ethan Page, ich bin noch nicht fertig mit dir, wo ich mir denke, ja, du bist gerade weiter von Ethan Page weg als jemals zuvor mit deinem Standing. Ja, vielleicht so ein U-Turn oder so, ich weiß es nicht. Also Trick Williams, ärgerlich, was soll's. Und jetzt sehen wir die USA-Party, und zwar Backstage, Earlier Tonight, vor der Show war das gewesen. Und dann sind da verschiedene andere Tische mit Essen. Und ich könnte mir vorstellen, dieser eine Tisch in der Halle, der war nur falsch gespawnt. Das steht auch in der NXT-Wiki drin als Bug, ne? Also das ging halt nicht, der ist woanders aus Versehen da gelandet, ne? Ich würde sagen, da ist jetzt so der richtige Tisch und so, und da wird alles gezeigt, was die futtern auf der USA-Party. Ganze Roster ist da. Also alle, die keinen Belang haben, sind alle da auf dieser Party. Und ich zähle jetzt die Sachen auf, die ich erkannt habe, die gegessen und getrunken werden. Und du machst einfach Geräusche dazu, wie lecker du das findest. Ist das was? Okay, pass auf. Das Erste, was ich sehe, ist Ranch-Dressing. Und dann Coldslaw. Kartoffelsalat. Melonenscheiben. Burger. Da hat er den Bukati rausgeholt. Chicken Wings. Cupcakes. Chips mit Schale in Schale. Hot Dogs. Popcorn. Ja, und das Letzte, was ich sehe, ist ganz klassische Honig-Barbecue-Soße. Oh, per. Wir haben nicht gekriegt, also das war wirklich toll. Das wird da gegessen auf dieser Party. USA, USA. Es wird fleißig gefeiert. Und zwar in Blue und Red Solo Cups. I fill you up. Let's have a party. Das heißt also, die Street Profits waren auch da. Die sieht man nur nicht, ne? Und Lexus King legt auf. Hä? Hä? Ist auch gar kein DJ. Hä? Warum legt der denn jetzt auf? Die Musik ist auch scheiße, finden auch alle. Aber Eddie Torpedo ist leider nicht da. Sagt Lexus King, der hat die Hand gebrochen. Warum auch immer. Und dann kommt Eddie Torpedo. Kommt dann doch. Hat nicht die Hand gebrochen. Naja, was soll's. Tank Ledger, der lässt jetzt den Lexus King liebevoll rauseskortieren. Der ist jetzt raus, unser Spacken von NXT. Und dann kommt auch noch die linke und rechte Hand von Ava rein. Robert Stone und Stevie Turner. Denn die wollen jetzt einen Chicken-Wing-Contest starten. Und Ava steht daneben und guckt nur blöd. Ja. Ein Wettfressen über Chicken Wings. Das ist der Auftakt dieser Show. Dieser Show, diese Party wird uns noch fleißig begleiten. Also das ist unser roter Faden durch die Show. Mal gucken, wer da gewinnt, ne? Na, immerhin hat man die Storyline mit reingebracht mit Eddie Thorpe und Lexus King. Der hat ihn ja letzte Woche vermöbelt, ne? 50-50 Booking war ganz groß. Und du weißt ja, ne? Wenn die Party scheiße ist, dann ist immer, schmeiß den DJ raus, schmeiß den DJ raus, schmeiß den. Und der Lexus, der wurde rauseskortiert. Exekutiert? Ne, exekutiert. Das machen nur die Family und No Quarter Quetschcrew. Quarter Quetschcrew. Quetschcrew, ja. Quetschcrew. Nee, war toll. War toll. War ein tolles Segment. Also diese Party nimmt Fahrt auf. Wer bei solchen Shows wie dem Great American Bash was anderes erwartet, das muss einfach Teil dieser Show sein. Also es ist doch, weil noch nie war, also bei dieser Heatwave, glaube ich, gab es da auch immer eine Sommerparty. Bei Great American Bash gibt es ein geiles Barbecue. Muss immer drin sein. Also das ist ja so WWE-Tradition, schon sowas zu veranstalten. Das war auch im Main-Roster immer so. Finde ich geil. Ja, die haben sich gesagt, wenn wir heute schon normale Matches machen, dann müsste dazwischen die Party zumindest stimmen. Und die stimmt. Eben. Wir müssen wieder mehr Quatsch reinbringen. Das machen wir hier bei dieser Party. Damit sich der Weber und der Peer auch ein bisschen freuen können. Eason Page, da wird das Backstage von Nathan Fraser überrascht, ganz woanders. Wie jetzt ein bisschen wenig rumerzählt wird, aber das interessiert nicht. Der eine sagt, dass der andere in letzter Zeit oft gepinnt wird. Der andere sagt, dass der eine ein Problem mit seinem Tech-Team-Partner hat. Wo ist übrigens Axiom? Das war der Cliffhanger. Finde ich gut. Axiom, der hatte doch ein Match bei Speed. Das hat er übrigens verloren. Nee. Ach. Ja. Das hat er verloren. Ja, ja. Ja, da ist ja dieses Ding, dass die sich eigentlich auf die Tech-Gürtel fokussieren sollten. Machen die aber nicht. Das kann ja nicht gut ausgehen heute. Die sind ja komplett am Krisen und heute geht es gegen MSK. Und das sind ja die Upcoming Newcomers. Also ich denke, das wird eng werden für die. Ja. So, jetzt haben wir das zweite Match. Wir haben Taten Paxley, unsere Stalkerin von NXT, gegen Kilani Jordan. Ich hätte fast Jason Jordan gesagt, aber es hätte keinen Sinn ergeben. Wir haben auch ein interessantes Match. Der catcht nicht mehr. Kilani Jordan, North American Champion. Und wir zeigen erstmal die Meta-Meta-Ebene. Denn während das Match läuft, wird am TV geguckt von Fallen Henny, JC Jane und Jasmine Nix, die sonst nichts machen heute. Und im Hintergrund, während die gucken, läuft Wendy Chu vorbei. Und keiner merkt es außer mir. Und dir wahrscheinlich. Taten Paxley krabbelt jetzt unter den Ring. Kilani Jordan schaut nach, findet aber nur ihre Puppe. Also jetzt nicht ihre Puppe, sondern Taten Paxys Puppe. Aber die Puppe, die sie selber darstellt. Und Taten Paxley taucht dann ganz woanders auf. Und dann kommt Wendy Chu und hebt die Puppe auf. Das ist die Story. Match ist egal. Kilani Jordan gewinnt. Wir haben Spanish Fly. Vor 50. Alles mit dabei. Jetzt gibt die Wendy Chu am Ende Taten Paxley die Puppe. Und dann wirkt die Wendy Chu die Taten Paxley auf den Boden. Also mit der ist echt nicht zu spaßen. Und Kilani Jordan Glückwunsch was verteidigt. Ja, war zu erwarten, dass Kilani Jordan hier verteidigt. Match war eigentlich ganz okay. Hat ja auch 10 Minuten bekommen. War aber dann wirklich nur dazu da, um irgendwie Wendy Chu weiter zu featuren. Die läuft ja eigentlich jetzt schon seit Wochen, nachdem sie aus dem Schlaf erwacht ist und jetzt Zombie Chu ist, irgendwie Backstage herum und versucht, allen Angst einzuflüssen. Eigentlich dachte ich ja, weil die bekloppte Paxley ja auch irre ist, dass die irgendwie Freundinnen sind. Aber das hat sich jetzt hier anders herausgestellt. Da hat jetzt einfach die Wendy Chu die Paxley ausgechockt. Soll das. Ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie. Letztes Mal haben die sich ja nur vertragen, weil Wendy Chu, also der war ja kaputt. Da hat ja die letzte Puppe jetzt kaputt gemacht. Ich glaube von Lolla Weiß oder war das, ne? Und dann haben die sich ja vereint, indem die Puppe wieder zusammengebunden hat. Ich glaube, Wendy Chu konnte das nicht haben, dass diese Puppe noch heile war. Das ist meine Theorie. Aber ansonsten, man steckt halt nicht drin. Man weiß es nicht. Es sind halt irgendwelche bösen, magischen Kräfte dahinter. Deswegen muss der Kopf ab sein. Ja, ist nicht meins. Vielleicht wird hier auch eine Hexe, ne? Das kann ja auch sein. Möglich, möglich. Ja, übrigens, ich erzähle das bei Smackdown nochmal, aber ich habe einen großen Gag verpasst. Also bei der Smackdown Review. Ja, nee. Mal gucken, ob du drauf kommst. Weil in den Kommentaren, ich habe jetzt den Namen nicht, ich werde es bei Smackdown sagen. Ich habe diesen Witz verpasst. Du hast ja die Hexen. Für mich sind das Ex-Hexen, weil die machen keine Hexensachen mehr. Aber es sind theoretisch Hexen, ne? Die kennst du. Und dann kam ja jetzt Blair Davenport dazu und hat sich ja denen angeschlossen. Weißt du jetzt, wie man das Stable jetzt nennt? Blair Davenport und die Hexen. Ah, wie denn? Blair Witch Project. Da hätte ich selber drauf kommen müssen. Hat mich ein bisschen geärgert. Fand ich sehr lustig. Wenn ich was Smackdown nochmal erzählen, danke an den Kommentierer, den ich jetzt gerade nicht kenne. Aber es war jetzt eine spontane Eingebung. Blair Witch Project. Ich finde das lustig. Cool. Was anderes. Anderes Thema. Bist du bereit für das nächste Thema? Ja, natürlich. So. Das ist jetzt Charlie Dempsey und Miles Born. Die sind jetzt da in der NXT-Tee-Küche. Ja, da sind die jetzt. Und Wren Sinclair kommt jetzt an. Die will ja mit da reinkommen und die ist besorgt. Sehr lustig. Denn sie fragt, wo ist der Tevion? Habt ihr den auch getrunkt? Also gekofferraumt? Der hat ja letzte Woche verloren. Und das macht ihr ja so mit den Leuten, die verloren haben. Und dann sagt der Charlie Dempsey, na, der ist in Japan. Alles gut. Ja, in Japan. In Japan? Was? Nee, der ist wirklich in Japan. Ja, ja, in Japan. Der lebt schon noch. Also wir glauben das schon. Der ist nicht im Kofferraum. Sehr lustig. Und heute möchte sich gerne Wren Sinclair an Kendall Gray rächen. Dafür, dass die ständig Miles Born attackiert hat. Das ist schön. Und zwar möchte sie dafür dann auch belohnt werden. Wenn ich das schaffe, bin ich dann in der Gruppe. Und Charlie Dempsey einfach, nö. Das wird Charlie Dempsey sowieso der Beste. Und jetzt kommt die Family vorbei. Der Toni und alle. Ist lustig bei euch hier, ne? Ich lege jetzt einen drauf. Ich sage, wenn die Prinz Sinclair heute gewinnt, dann bekommt Charlie Dempsey ein Heritage Cup Match. Und dann sagt er, ja, okay, machen wir. Das habe ich nicht, also warum? Was für eine Bewandtnis hatte das jetzt für den Don? Aus Menschen, Nacen-Dee oder was? Nee, ich glaube, der fände es ganz cool, wenn ein Mädel in der No-Quarter-Catch-Crew drin wäre. So, weil bei der Family ist ja auch ein Mädel drin. So, ne? Weißt du, wenn Gleichberechtigung, Diversität und so, hätte der das ganz gerne, dass er Mädchen. Ja, das ist sowieso diese Storyline. Die dumpeln dann die ganze Zeit irgendwie miteinander rum, die Family und die No-Quarter-Catch-Crew. Die sind ja auch irgendwie, Backstage sind die ja voll gut miteinander. Da kommen die auch miteinander klar. Die kloppen sich ja auch nicht. Die kloppen sich ja nur im Ring bei den Matches. Also es ist ja eigentlich wirklich eine sehr, sehr sportliche Fede, wenn man mal das Kofferraumen außer Acht lässt, wo Leute kurz verschwinden, ja? Übrigens, für Leute, die es nicht wissen, der Tafin Heights ist tatsächlich wirklich gerade in Japan. Und zwar beim No-A, bei Project No-A, würde ich gerade sagen. Beim Project No-A in Japan. Beim Project No-A in Japan. Das heißt da nur No-A-Projektor. Da zitiert es. Ja, der ist beim N1-Tournament dabei. Ach so, der ist natürlich da. Da gibt es bestimmt so ein Puro-Pod bald wieder bei uns, ne? Bestimmt. Den hören viele Leute, ja. Das möchte ich hypen. Und jetzt ist nämlich so, ja, Deal, das läuft. Und jetzt geht das aber weiter. Jetzt läuft auf einmal Oberfemi durch, warum auch immer. Und Oberfemi geht jetzt, da steht dann am Ende Nathan Fraser in der NXT-T-Küche, ne? Und Nathan Fraser versucht in dem Augenblick, Axiom-Telefone zu erreichen. Das ist so ein One-Cutter, ne? So eine einzige, einige Einzelneinstellungen, ne? Krass, so. Und in diesem Augenblick kommt tatsächlich dann Axiom an, ne? Und dann, ja, ich wollte doch dem Nathan Fraser ein bisschen alleine Zeit geben. Das lief doch nicht so gut in letzter Zeit und so. Alles gut. Man hat das jetzt so umgedreht, ne? Jetzt ist der Axiom nicht da. Lass uns doch jetzt unsere Match-Strategie planen für das große Titel-Match. Das war eigentlich ein krasses Ding, ne? Wie man das so durchgezogen hat, dieses Ein-Taker. Ist eigentlich ziemlich viel in dieser Titel-Küche passiert, in einem Backstage-Segment. Absolut. Auch geil, wie Oberfemi, der läuft halt einfach nur durch so. Der läuft halt einfach durch, mehr macht der auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo der, ah, der ist so ein Meeting mit Ava gelaufen, stimmt. Der hat ja irgendwie so ein Meeting mit Ava gehabt. Und der hat den Don unterbrochen, ne? Der ist ja einfach da durchgelaufen, hat den einen ja so weggeschubst, ne? Also das hatte für den Verlauf des Abends auch noch eine Bewandtens. Ja, ja, also der Don, den will man, der will nicht weggeschubst werden, ne? Aber das ist ja auch... Auf gar keinen Fall. Wird sich alles heute noch ausspielen. Also ihr müsst nur dranbleiben in dieser Review, also jetzt nicht abschalten. Ja, oder doch, wegen mir könnte auch gehen. Achtung. Und dann wieder anschalten. Dann. So, und jetzt habt ihr wieder angeschalten. Ja, das hätte ich mal eher sagen müssen, ne? Jetzt haben die auch nicht gehört, dass du gesagt hast, schaltet wieder an. Ach, scheiße. Kennst du noch Peter Lustig? Ja, Löwenzau. Ja, was hat der mit dem mal gesagt? Der hat irgendwas gesagt am Ende mit... Abschalten, hat der immer gesagt. Mit welcher Geste? Weiß ich nicht. Weißt du, früher hat man den Fernseher noch so abgeschaltet. Das war Peter Lustig. Da hat man eine halbe Stunde Löwenzauern geguckt als Kind und danach abgeschaltet und nie wieder Fernseher angemacht bis nächste Woche. So war das früher. Du hast das Wichtigste an diesem Backstage-Segment übrigens gar nicht erwähnt, und zwar Miles Born. Echt? Der gesagt hat, du kannst ihn auch nicht hören. Ach so, ja. Als sie gesagt hat, ich höre dich nicht richtig hier, Charlie. Ach, du kannst ihn auch nicht hören? Und alle gucken ihn so an. Scheiße. Ich mag diese naive Rolle, die Miles Born spielt. Das erinnert mich so ein bisschen an Austin Theory damals in The Way. Da war der auch so ein naiver Charakter. Das hat auch so ein naiver Comedy-Charakter. Das fand ich immer ganz witzig. Also ich hätte eigentlich an Charlie Dempsey's Stelle den Miles Born entsorgt und nicht den dem Campt. Ach, das kann ja noch passieren. Es gibt noch ganz viele Kofferräume da in Orlando. Ja, wer das nicht weiß, also Miles Born ist immer geschädigt. Der hört sehr, sehr wenig auch in den Matches. Das ist sowieso krass, wie er da das hinkriegt. Der ist doch nicht hörgeschädigt. Doch, natürlich. Ach, ist das, warte mal. Ist das tatsächlich der, der damals als Gehörloser von den Kommentatoren angesehen hat? Ach, das ist Miles Born. Also der hört wirklich wenig? Ja. Das haben wir doch schon besprochen. Ist der das wirklich? Ist der das? Ja, natürlich ist der das. Also bevor der noch einen Charakter hatte. Der hat das mit dem Torpedo erzählt letztens vielleicht. Ja, weil es war doch damals, ist doch irgendjemand in ein Match geworfen worden, halt irgendwie ein Rookie, der noch keinen Charakter hatte, als Gehörloser. Aber ich habe nie wieder von dem was gehört und das, jetzt erinnere ich mich, das war auch so ein blonder Stimme, das ist der Miles Born. Deswegen macht er ständig Witze darüber, von wegen, wie du kannst den auch nicht hören. Also er hört schon, er ist ganz dumpf irgendwie. Das ist so das Ding, dass der die Schwingung irgendwie hört über seine Knochen. Frag mich nicht, also ganz krass. Also der hört trotzdem nicht, was gesagt wird, also for real jetzt, so? Also ich meine nicht zu 100 Prozent, also er hört schon noch ein bisschen, ganz wenig, so wie ich das mitgekriegt habe. Weil er kann ja immerhin reden, also er ist ja nicht ein kompletter Gehörloser, der nicht reden kann. Ja, er kann reden, aber man hört ja schon so ein bisschen, also es ist dieses markante Reden. Interessant. Kann man mal sagen, was man da, ja. Dann achte mal da drauf, ist ja gut. Also siehst du, ich muss dann auch mal als Moderator ein bisschen auch ein bisschen Kontext geben. Ja, wichtig. Exposition und so, ne? Wichtig, wichtig. Können wir nochmal nachgucken. Ansonsten haben wir den Lauftoll, der kann das rausfinden und so zu wie viel Prozent er noch hört, aber es ist halt, kannst du das Typ, deswegen macht er das doch auch. Ist egal. Wir sind hier bei NXT, wir haben Spaß, USA, USA, Pete Dunne ist jetzt auf dem Weg nach Hause, gibt noch ein kurzes Interview, ja, der Chick Williams, der ist sehr talentiert, aber ich bin noch besser, ich bin bereit für den NXT-Title und Chick Williams attackiert ihn jetzt. Die Refs müssen die trennen und damit haben wir doch die Zukunft für Chick Williams Rematch. Ja, hat der Chick Williams sich auf jeden Fall verdient, dieses Rematch. Ja. 100 Prozent. Doch. Finde ich auch. Wird kommen. Oro Mensaha gegen Ethan Page, das ist jetzt unser nächstes Match, NXT-Title, World-Title, Mega-Title, einfach so in der Mitte der Show, ne? Zack, hauen wir raus. Hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gestört, dass man einfach den Main-Title von NXT in der Mitte der Show showcase, also bring es doch entweder im Opener der Show oder halt wirklich im Main-Event, aber dass man das halt wirklich so einfach in der Mitte irgendwie hinwichst. du hast, du hast Ethan Page jetzt in den letzten Wochen eh nicht so wirklich als den Main-Champ interpretiert. Der hatte ganz witzige Interaktionen die letzten Wochen auch mit Oro Mensah, aber das waren auch viele so Comedy-Segmente, die der gespielt hat, ne? Was jetzt eigentlich zum Charakter Ethan Page cool, dass er das macht, aber es passt halt nicht zum wichtigsten Titel der Brand. Und dann featurest du das auch noch in der Mitte der Show. Das stört mich ein bisschen, also, hm, weiß ich nicht. Ja, ich weiß übrigens mittlerweile, während du das erzählt hast, Miles Born, da sind wir nochmal, hatte irgendwas pulmonary hypertension als neu geboren, also irgendwas mit Blutdruck, was nicht gut lief. Konnte man heilen, aber eins der Nebenwirkungen ist, dass man dann taub wird bei dieser Behandlung. Und jetzt, er kann sich auf eine Person fokussieren und Lippen lesen, das kann er machen und benutzt ansonsten auch so ein Hörding, so ein Kochliereplantat wahrscheinlich. Ja, sowas. Ne, also ich finde das krass, ich finde das auch bemerkenswert, dass man dann im Ringen, man muss ja schon immer gut koordinieren oder so, dass er das dann hinkriegt und so ein bisschen an die Vibrationen und so anpasst und so. Das nochmal so. Und jetzt gehen wir zurück, also ich finde, also jetzt geht er sogar noch ein bisschen weiter mit diesem Page und so, es fühlt sich irgendwie blöd an, dass er da ist und ich finde aber auch, das fühlt sich komplett nicht nach meinem NXT-Titel an. Wir verfolgen das so lange, wir haben ein Legacy von damals doch in Rollins, vergessen lange her, dann hast du so ein Adam Page oder was, Kevin Owens, Sami Zayn, Neville, alles früher gewesen. Okay, das ist lange her. Aber selbst 2.0, ein Stück Williams, Carmelo, Hayes, Iliad, an die wir uns lange gewöhnt haben, selbst das ist ja jetzt vorbei. Ethan Page, mit dem werde ich nicht warm und der Gegner ist jetzt Oro Mensaha. Und das fühlt sich für mich scheiße an. Zusätzlich dazu finde ich das auch noch eine Sache der Produktion, die da nicht ganz gestimmt hat, weil du lässt einen Oro Mensaha rauskommen mit dem Entrance von seinem Stable, wo ja die Lichter hochgehen und alle dann vor dem Licht stehen. Und er steht halt außen so. Also stell ihn doch zumindest in seinem wichtigsten Match seiner Karriere in die Mitte. Aber er steht so rechts mit seiner Telefonpose. Sieht so jetzt jemand gerade aus, der sein wichtigstes Match in seiner Karriere hat und gefeatured wird? Nee, da steht die Lash Legend in der Mitte. Ich dachte kurz, Lash Legend kämpft jetzt hier gegen Ethan Page. Das finde ich auch ein bisschen, also nee, das gefällt mir auch von der Produktion her nicht. Nee, nee, gebe ich dir auch recht. Es ist mir aufgefallen, aber ich denke eher, das ist so, weil die immer so stehen. Ja, natürlich, klar, weil der das Lied an dem Licht hat. Ja, generell, dass die dabei mit ihm rauskommen, gebe ich dir recht. Ja, was die auch eigentlich einen eigenen Team-Song haben. Und eben dieses, also Ethan Page als Champion, ja, vielleicht kommt er ja noch im Nachhinein, dass das so funktioniert, aber es funktioniert nicht. Also seitdem Chuck Williams Champion ist es dieser Titel für mich wirklich sehr, sehr im Ranking gesunken. Davor war er noch okay, aber Chuck Williams hat da viel irgendwie. Also diese ganze Geschichte mit Lash Legend, was ist daraus geworden? Wobei ich Ethan Page besser als Chuck Williams finde, als Champ. Als Champion, ja. Ja, meinetwegen kann man streiten, aber das hat für mich nichts mit der Legacy dieses Titels zu tun. Aber das kann auch an mir liegen, Schatz, in die Kommentare, wie ihr das seht. Okay, Match selber ist in Ordnung, Oro Mensah ist gut in Form, der bringt auch Ethan Page in Schwierigkeiten, aber kein Mensch rechnet jetzt mit dem Titelwechsel. Dann fliegt jetzt der Oro Mensah tatsächlich durch den Fressalien-Tisch durch. Deswegen liegt der, steht der da. Ja, sehr lustig. Haha. Gewinnt auch fast, aber der Fuß ist leider unterm Seil von Ethan Page. Der gewinnt am Ende. Joa, würde ich sagen, ja. Ethan Page ist das egal, wer jetzt der nächste Herausforderer wird, denn wir sind hier bei NXME und damit endet dieses Segment Match. Der Egoist, Ethan Page, nennt seine Brand NXME. Das finde ich dann noch relativ passend zu seinem Charakter. Match war okay, ne? Also da waren auch ein paar coole Sachen dabei. Aber weiß ich nicht. Also du gehst halt eh schon mit dem Gedanken da rein. Gut, der Oro Mensah wird halt sowieso nicht gewinnen. Und dann hype ich mich halt auch nicht in so ein Match rein. Dann nehme ich das so, ja gut, ist halt jetzt Catch und ein NXT-Title, aber hat für mich keine Bewandtnis. So, warum soll ich mich da rein investieren? Ja, also ich bin auch noch nicht drin. Und dann noch in der Mid-Card. Ja, das kommt noch dazu. Aber ich sehe da jetzt auch nicht die nächsten megagroßen Fäden. Wer kommt denn dann? Also Chick Williams vielleicht nochmal? Ne, eigentlich nicht. Sean Spears gegen Ethan Page, was will ich denn das sehen? Peter? Peter vielleicht. Ja, Peter, stimmt. Der hat es jetzt gesagt, aber auch das. Ja gut, Peter war in allen Ären irgendwie dabei, ne? Ära. Der ist immer mal wieder da. Aber er wird ja auch nicht gewinnen. Ach komm, was soll's. Egal, wir haben ja noch die Rascals. Wer begrüßt unsere Leute, die Gegner mit einem Dreifachkräftigen? Wes? Lee. Wes? Lee. Wes? Lee. Ach, der Mann, der sich einfach per Mitose verdreifacht hat. Der ist jetzt da im Interview mit seinen Leuten. Wir haben lang auf die Tech-Titles gewartet. Wir hätten nicht gedacht, dass dieser Moment einmal kommen sollte. Und jetzt spricht der Original Wes Lee, der OWL. Ich hatte harte Zeiten hier. Ich war ganz alleine. Ich hatte einen Mega-Run als North American Champion. Aber das hier heute mit meinen Brüdern, das ist der beste Moment meiner Karriere. Das wird schwer heute. Aber heute wird unser Moment. Tschakka, tschakka, tschakka. Wir wollen heute Tech Team Champions werden. Das war das Interview. 852 Tage mussten MSK darauf warten, wieder um die Titel antreten zu können, lieber Marcel. Beziehungsweise vor 852 Tagen haben sie sie relinquished. Das ist auch ein interessanter Fakt. Das glaube ich nicht. Ich wusste schon direkt, das wird wieder ein Herzinfarkt-Match im Main Event. Mega. Ich glaube das aber nicht, weil 852 Tage, so lange fühlt sich jedes einzelne Interview mit Wes Lee an. Oder wenn er im Ring schon eine Promo hält. Stimmt auch. Also das alleine schon. Das müssen irgendwas um die 5 Millionen Tage sein. Eigentlich schon, hast du recht. Wir lieben Wes Lee. Also wenn ihr neu auf YouTube seid, wir sind absolute Wes-Leaholics. Wie heißen denn seine Fans? Die Weslers? Die Lias. Wir sind noch nicht am Ende dieser Review. Die Lias. So. Wir gehen zurück auf die Party. Vor vielen, vielen Stunden lief diese Party, wird jetzt heute mehr gezeigt. Alle haben Spaß ohne Hände, auch wir. Es wird Cornhole gespielt. Alle haben Spaß ohne Hände, hast du gesagt? Ohne Hände? Ich habe ohne Hände verstanden. Ja. Nee, ohne Hände. Ohne Hände haben die Spaß. Kennst du Cornhole? Hast du das schon mal gespielt? Da wirfst du so Sonnensäcke in so ein Loch rein. Ja, ja, doch, klar. Ja, hast du auch mal gespielt. Also nein. Jada Parker und Brindley Reese, die checken jetzt die Männer ab, die heißen Feger und haben ein Auge geworfen auf Dion Lennox, das ist einer von Level Up. Aber wer ist schon Dion Lennox im Vergleich zu einem? Es kann nur einer sein. Oh ja. Der Adonis. Der Adonis. Der erscheint jetzt auf der Party. Die Aura des Playboys, er kommt an, passt wieder wunderbar. Aber die sind da gar nicht interessiert dran, denn Jada Parker hat eh nur Augen auf den NXT Women's Title. Dann kommt Lola Weiss rein und sagt, nein, ich habe ein Auge auf den NXT Women's Title. Und Sol Ruka ist auch dabei. Ashanti Tika Peters, nicht was soll's. Dann kommen noch so zwei andere Typen mit dazu. Keine Ahnung, wer das denn wieder ist. Und ich bin auch absolut zu faul und es ist mir auch total egal, wer das ist. Und dann hat Lola Weiss dem einen auf die Leber und da wird er noch durch den Tisch gehauen von allen zusammen. Das ist ein Statement. Frauen Power. Männer sind scheiße oder irgendwie sowas. Dante Chen ist aber auch dabei. Den habe ich ganz kurz gesehen. Wrestling. Ich habe mich sehr gefreut. NXT. NXT, NXT. Übrigens, Marcel, du bist nicht der Einzige, der so faul ist dafür. Ich habe gerade nochmal recherchiert bei Wrestling Infos. Da steht nämlich, eine kurze Diskussion der beiden bricht aus, eher ein Typ aus dem Hintergrund dazwischen geht. Also, es war einer von denen, die ich bei Level Up schon mal vorgelesen habe. Da bin ich mir sehr sicher. 100 Prozent. Safe. Und es war eine Shield-Powerbomb, die da durch den Tisch ging. Eine Triple-Powerbomb. Uah. Uah. Die Women, die wollen alle Champion werden. Ich glaube, das war das, was wir uns damit sagen sollten. Aber hast du gemerkt, so die Frauen mit Klasse, die lassen sich nicht auf den Ashantiti ein, ne? Ne. Also das ist tatsächlich am Ende nur so ein Schein, ne? Mehr Schein als Sein bei dem. Ja. Weiß auch nicht. Dann hat er vielleicht am Ende irgendeine, vielleicht hat er am Ende Wendy Choo abgeschleppt. Das wäre ja mal was. Stell dir das mal vor. Gefährlich. Eine Nacht mit Wendy Choo schlafen? Tal ist aber. Ach, ein bisschen nicht mehr zu gebrauchen auf jeden Fall. Da willst du nicht mehr aufwachen, da kann ich dir sagen. Nun ja, gehen wir weiter. Great American Bash läuft. Joe Henry gegen Joe Coffey. Das Jo-Jo-Match. Joe und Joe. Habe ich mir gedacht. Und wir sehen erstmal Werbung für die Turtles-Figuren. Da war ja auch New Day. Hat sie auch als Turtles verkleidet in ihrem ganz wichtigen Match gegen Karon Kross und so. AOP. Hast du eigentlich, hast du die Toxic Turtles gesehen? Ja. Nee. Nee. Doch. Ich glaube, ich habe sie mal bei Virgil im Stream, habe ich die schon mal gesehen, glaube ich. Ja. Waren das nicht so Wrestler damals? Ja, ja. Ja. Haben wir für eine Zeit, ja, ne? Also diese Review, geht die schon zu lange? Nein. Lass uns die Toxic Turtles angucken. Komm, wir gucken uns die Toxic Turtles an. Die Leute wollen das sehen. Nein. Die wollen eine Live-Reaction auf die Toxic Turtles. Die Toxic Turtles? Okay, warte, schick mir, warte mal. Ich schicke mir Toxic. Der Link kommt auch in die, wir machen das jetzt. Turtles. Ich schicke jetzt hier einen YouTube-Link. Der Link, der kommt auch in die Kommentare, in die Beschreibung rein. Das machen wir jetzt, weil wir können das, weil wir das können. Und wir gucken uns jetzt vier Minuten die Toxic Turtles an. Achso. Der hat ja mich noch aufmerksam gemacht. Nee, das dürfen wir nicht, Marcel. Wir sind auf YouTube, sonst werden wir gekopyright strikt. Ja, wir zeigen das doch auch nicht. Wir machen jetzt die Live-Reactions. Vier Minuten kriegen wir ja wohl hin. Nein, nein, wir machen das hier. Wir machen einfach das hier, Marcel. Zack. Oh. Das sind die Toxic Turtles. Oder? Willst du jetzt nicht das Match gucken? Das sind die Toxic Turtles? Dann muss ich das Match erzählen, wenn du das nicht willst. Ich mache das mal. Das ist unsere Match-Empfehlung des Jahres. Das hat ja virtual aufgetan. Das hat mit NXT überhaupt nichts zu tun. Das ist 1993, die WWF war kreativ. Zeit der Ninja-Turtles. Hero-Turtles hießen die bei uns, ne? Mit Frank Sander. Ja. Und das war eine WWF-Live-Show mit 33 Matches. Man hat da getapet ohne Ende. Ich glaube, Mean Gene hat 500 Interviews geführt. 33 Matches und das war das Erste. Man wollte die Crowd kriegen mit diesen Turtles. Man hat die Crowd nicht gekriegt. Die Crowd war zuerst leise und ist danach gegen die Turtles geturnt. Es war ein Clusterfuck. Drei Minuten ging das Match. Es war schlimm. Und am Ende wird es gewonnen per Satz heiße Ohren. Weil der eine einfach so macht. Das war sehr lustig. Ich hätte es jetzt gerne mit dir live geguckt. Ich hätte voll Bock gehabt. Aber was soll's. Das können wir nicht tun. Nee, das können wir nicht tun. Sonst gehen die alle zu Tobi und sagen, die haben einfach Toxic Turtles geguckt wegen NXT. Bei ihren NXT. Ich mache den Link in die Beschreibung rein. Bitte guckt euch das an. Das ist das Beste, was ihr im Wrestling jemals sehen werdet. Diese drei Minuten, die werdet ihr genießen. Egal. Wo war ich stehen geblieben? Joe Henry und Joe Koffi. Das ist gut. Denn Joe Henry kommt jetzt, der kümmert sich direkt um den Marc und den Wolfgang. Die sind natürlich mit dabei. Jetzt macht er so den alten Eddie Guerreiro Trick. Der tut nämlich so, als wäre der mit dem Stuhl geschlagen worden. Und der Ref, der wirft die raus. Das kennst du ja, ne? Wie fühlt sich das an, wenn man rausgeworfen wird vom Ref? Ist immer Schiebung. Unberechtigt ist das. Wer das nicht versteht, die Project Nova Show, sie wird bald erscheinen auf YouTube. Joe Henry gewinnt. Das ist gut. Das ist schön. Macht jetzt ein Interview im Ringen. Das ist wichtiger. Da wird er gefragt, wie fandst du deine Zeit bei NXT? Ich dachte, nein, geh nicht. Ich geh nicht. Und dann sagt Joe Henry, mir gefällt das hier voll gut. Ich werde noch für sehr, sehr lange Zeit hier bleiben. Fand ich gut. Fand ich gut. Also der hat einen Vertrag. Ich habe das rausgefunden. TNA. Der ist bei TNA unter Vertrag. Er darf aber, wie er lustig ist, bei NXT rumtanzen. Genau. Er trainiert im Performance Center. Also wenn der Bock hat, dann ist er jetzt ständig da. Also Joe Henry hat eigentlich aktuell wahrscheinlich den besten Vertrag, den du im gesamten Pro-Wrestling haben kannst. Der wird bei WWE geshowcased. Der ist bei TNA unter Vertrag. Der darf im WWE Performance Center in der besten Wrestling-Schule, wenn wir ja per Mausklammern, der Welt trainieren. Und er darf sogar noch Indie-Bookings annehmen. Also der hat wahrscheinlich wirklich den besten Vertrag, den es gerade im Wrestling gibt. Zumindest um sich selber weiterzuentwickeln. Monetär weiß ich gerade nicht, wie das alles datiert ist, aber er kann sich so unglaublich heftig weiterentwickeln. Match an sich war ganz nett. Gewinnt ja am Ende auch clean. Ich möchte noch mal kurz zum Start gehen. Während Joe Henry rauskommt, sagt Booker T, ich mag Schotten. Das war das Einzige, was Booker T bis zum Start dieses Matches dazu beizutragen hatte. Ja, das war wieder 4.20 Uhr. Es war schon wieder 4.20 Uhr und ich möchte mal sagen, holy shit, also die Crowd war generell fand ich sehr, sehr gut am Start in dieser Episode. Also sie war echt von vorne bis hinten richtig laut dabei, hat ordentlich appreciated. Und alter, als der Theme-Song von Henry angeklungen ist, reihen die da den Theme-Song mit und ich höre dann nur so irgendein Kind im Hintergrund. Und die ganze Zeit, I believe in Joe Henry, da schreit er komplett irgendwie in die Mikrofone rein. Das war geisteskrank, was der da wieder für eine Reaktion gezogen hat, ne? Don't stop believing, I believe in Joe Henry. Also das fand ich auch geil, sehr kreativ. Es gab ein Don't stop believing, I believe in Joe Henry crossover. Sehr geil. Ach, so gut, so gut. Ja, also die haben Spaß. Also Joe Henry ist einer der charismatischsten Leute, die da gerade rumlaufen. Die Leute haben Spaß, aber man muss auch sagen, im Regen ist er auch relativ beschränkt noch. Also da kann er dran sich arbeiten. Also das Match selber, Gott, reden wir auch nicht mehr drüber, aber macht ja nichts. Das muss man ja auch nicht, ne? Also wenn man so die Leute mitzieht und ich bin froh, dass er noch bleibt. Und also nicht mal die WWE-Rester oder die NXT-Rester haben so einen Vertrag, denn die sind halt an NXT gebunden. Die dürfen halt nicht in die Indies und da rumlaufen und er ist jetzt da. Und ich denke auch nicht, dass man ihm die Tür zuschließen wird. Also solange der Bock hat, wird der auch weiter gefeatured werden. Vielleicht ein World-Titem-Match gegen Ethan Page. Vielleicht wäre das das Spannende. Ja, ich meine, er ist wahrscheinlich gerade das Top-Babyface bei NXT. Und why not? Gib ihm ein NXT-Titem-Match. Was eigentlich traurig ist. Eigentlich schon, ne? Was traurig ist, wenn ein Externer das Top-Babyface ist. Naja, wir gehen in die Chase U. Also für immer Babyface Chase U. Oh ja, jetzt wird's gut. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich glaube, wenn die böse werden, werde ich auch böse. Also Chase U, wir sind in der Vorlesung. Ja, es gibt ein neues Klassenzimmer. Danke, Richie. Die hat dafür gesorgt, dass es größer, man hat jetzt so Tische hintereinander, nicht mehr nur diese Stühle, wo man so drauf kritzeln kann, wo ich früher in der Uni nie reingepasst habe, kann ich sagen. Ich saß immer woanders, ne? Hat man jetzt. Aber Duke und Sia, die sind beide nicht so begeistert, ne? Weil sie haben, also sie hat verloren. Er hat verloren mit Ander Chase. Alles verloren. Wäre schöner mit dem Gürtel hier in dem neuen Klassenzimmer. Und dann sagt Jolly Osman, ach komm, ihr wart doch gut. Komm, Chaka. Und jetzt kommt der Richie rein. Der Richie sagt, komm, wir geben die Hoffnung nicht auf. Chase U, komm, wir machen das. Wir bringen Gold zurück. Ich habe einen allerletzten Gefallen von der Ava eingeholt. Ein letztes Mal. Nächste Woche kriegen wir ein Rematch. Titelmatch. Tag Team Title. Und der Duke hat sie steht schon auf. Ja, Richie, du bist der beste Mann. Und dann sagt er, sorry. Sorry, Duke. Ich habe das Gefühl, das lief nicht so gut mit uns. Das Match wird leider sein, Ander Chase zusammen mit mir. Also Rich Holland wird da antreten. Und dann kriegen sie ein Match gegen den Sieger des Main Events heute. Ist das positiv oder ist das negativ? Also Duke Katzen hat so ein bisschen geguckt wie drei Tage Regenwetter. Also zuallererst sind Championship-Matches für die Chase U immer eine positive Sache. Anschließend muss man gucken, wie die Gefühle jedes einzelnen Individuum dann in der Chase U sind. Naja. Erstmal möchte ich aber sagen, das war 100 Prozent eins zu eins derselbe Klassenraum, wo die damals ihre Sachen rausgenommen haben und die Flagge abgehängt haben. Das war eins zu eins derselbe, nur mit anderen Tischen da drin. Ich schwöre es dir. Diese blaue Wand, das war wirklich genau das gleiche Klassenzimmer. Und ich glaube, das war auch der Gag, als ich gesagt habe, hey, der Rich hat uns ein neues Klassenzimmer besorgt. Das war genau der gleiche Raum, wie die damals auch hatten. Unfassbar. Das kann schon sein. Müssen wir mal nachgucken, irgendwie so kleine, markante Punkte finden oder so. Kann ich mir schon vorstellen, man hat es ein bisschen umgebaut, aber trotzdem lustig. Aber was machen wir denn jetzt, der Duke? Ist das jetzt der Moment, wo der Duke sagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch? Es bahnt sich so das an, was ich ja schon vor Wochen gesagt habe. Der Rich Holland, der ist so ein bisschen die Variable in der JSU, die gefährliche Variable. Also der könnte da wirklich ein bisschen für Unfrieden stiften. Aber man muss ja schon sagen, krass, wie viele Titelmatches die JSU so in der letzten Zeit bekommen hat. Die Ahead um den Women's Title, Duke Hudson um den North American Title. Jetzt noch mal Tag Team Titles. Übrigens, die Tag Team Titles werden an diesem Abend noch mal verteidigt. Und dann sagt man, ach, nächste Woche müssen die einfach noch mal verteidigen. Also wenn wer kein Fighting Champion ist, dann aber Axiom und Fraser. Also wenn wer ein Fighting Champion ist, dann auf jeden Fall Axiom und Fraser. Ja, 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 ja. Ah, jetzt müssen sie ja gewinnen. Also JSU, da muss jetzt das Gold rein. Das geht ja gar nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Wenn sogar C.H.L. so ein bisschen down ist, ne? Wo du gerade gesagt hast, von wegen, dass Individuum zählt oder auch so. Stell dir mal C.H.L. in der Waldorfschule vor. Was darf passieren, wenn die ihren Namen tanzen muss? Stell dir mal vor, C.H.L. tanzt ihren Namen. Kann die bestimmt gut. Doch. Ich stelle mir das gerade so vor. Die Rasse bischen komplett aus. Wie sieht das aus? Wenn die ihren Namen tanzen. C.H.L. Und dann H.L. T.H.L. Krass. Ich habe das gerade vom inneren Auge. Ich kann es jetzt nicht. Ja, ich merke schon. Geh mal zurück zur Barbecue-Party, Marcel. Ja, wollte ich gerade sagen. Party geht weiter, ne? Denn jetzt kommt der Sean Spears. Und Sean Spears, der hat den Brooks Jensen erwischt, wie der Brooks Jensen sich gerade nachgefüllt hat. Ja, ja, so ein bisschen kleinen Schnappes rein, ne? Und das hat der Spears ihm so gut geholfen. Übrigens, die Hälfte ist daneben gelaufen. Habe ich gesehen. Die Hälfte ist daneben gelaufen. Ja, das fand ich der erste Schnaps. Also, das kann man auch eleganter einfüllen bei Lieberbruchs Jensen, ne? Er leilt auch ein wenig. Und dann sagt der Sean Spears, ja, ich habe dir so geholfen die letzten Wochen. Warum säufst du jetzt wieder? Das verbringt doch nichts. Gib mir deinen Geist, dann brauchst du keinen Alkohol. Hang and Tank wollen jetzt schlichten. Das ist aber auch eine Insekten-Aussage, ne? Gib mir deinen Geist, dann brauchst du keinen Alkohol. Also, Entschuldigung, stehen hier die Zeugen Jehovas bei mir vor der Tür, oder was ist da los? Ja, ja, die Zeugen Dillingers oder so, ne? Die Tenner. Ich weiß es doch auch nicht, ne? Also, Hang and Tank, die schlichten jetzt. Das ist ja immer noch deren Party, aber das klappt nicht, ne? Scheiß, was drauf. Party geht weiter. Die einen sind immer noch besorgt, weil die Frauen-Division gerade so dicht bepackt ist. Also, die sind immer noch im Lamentieren, warum keiner Champion wird. Und die anderen, die können nicht mehr, weil die so viele Chicken Wings mittlerweile drin haben. Also, Stevie Turner und Robert Stone. Also, ja, die sind ja. Und Robert Stone hat sich so voll bekleckert. So isst man auch keine Chicken Wings. Jetzt kommt unser Champ vorbei. Roxanne Perez. Weißt du, je später der Abend, desto geiler die Gäste. Ach, da hinten sind ja noch Frauen, die ich noch nicht geschlagen habe. Haha, das sagt sie. Geht dann auch wieder. Und das bringt jetzt Robert Stone in seinem Chicken Wing-Koma auf die Idee, jedes Tages oder der Nacht, ne? Alle, die noch nicht gegen Roxanne Perez verloren haben, und das sind nicht viele, die werden jetzt in ein Match reingesteckt und wer das gewinnt, der darf, wie sie antreten. Geile Idee. Und dann sagt aber die Stevie Turner, auch ebenfalls im Chicken Wing-Koma, nee, das sag ich jetzt der Ava. Und dann haut die dem Stone eine rein. Gewalt gegen Männer finden wir gut. Und jetzt geht die Stevie Turner los und pitcht jetzt die fremde Idee an Ava. Mann, was ist denn das für eine? Die wichtige Frage ist doch eigentlich, wer hat denn das Chicken Wing-Wet-Essen gewonnen? Ich glaube, das war unentschieden. Die konnten leider nicht mehr. Die konnten leider nicht mehr, haben sich beide totgefressen. Das war klar, das ist unentschieden. Ja. Das ist doch witzig. Also Robert Stone hat er echt. Witzig, wie diese Feder auch weitergeht, finde ich. Also zwischen den beiden, das ist ja auch so. Die rechte und die linke Hand. Ja, die rechte und die linke Hand, die da so ein bisschen im Hintergrund immer läuft, diese Feder, finde ich auch ganz witzig. Ja, aber meinst du, die stecken da jetzt alle rein, die noch nie verloren haben? Also sämtliche? Also nehmen wir den ganzen Level-Up-Kader oder was? Ja, wahrscheinlich. Das ist gut für unsere Kader-Analyse, die irgendwann kommen wird. Dann können wir da schon mal ein bisschen gucken, wen haben wir vergessen. Oder Stephanie kommt dann in dieses Match rein. Hat ja auch noch nicht gegen Roxanne verloren. Oh, hat ja auch noch nicht verloren. Das ist nachher mal so, ne? Ui, Britt Baker hat auch noch nicht verloren. Die hat ja auch ein bisschen Probleme gerade, ne? Ja, die hat ja auch mit MJF ein bisschen. Lita hat auch noch nicht gegen die verloren, ne? MJF wäre auch lustig. Der kommt doch, ich habe doch nie verloren gegen Roxanne Perez. Du hast gerufen, ich bin da. Oder Joe Henry. Say his name and he appears. Ist der da einfach einmal drin? Wird der NXT Women's Champion? Ja, keine Ahnung. Das ist noch nicht offiziell, weil es wird ja jetzt erst von Stevie Turner an Avery herangetragen. Erfahren wir erst nächste Woche, was rausgeworden ist, ne? Ja. So. Und jetzt, keine Party ist eine gute Party, wenn nicht die Good Brothers da sind. Das sind aber die Party-Puper jetzt, ne? Die sagen alles scheiße, schmeckt hier nicht, die Drinks, alles kacke. Voll angepisst sind die. Und dann sagt der Hengen-Tengen, nee, komm, das ist unsere Party. Und dann kloppen die einfach drauf. Das ist das Ende der Party. Am Ende endet es immer in einem Brawl und den Good Brothers. Das war dann Schluss. Party-Fazepär. Ja, Party ist dann doch in Gewalt geendet, ne? Also, wenn jemand am Anfang sagt, das ist eine gewaltfreie Party. Nein, das ist keine gewaltfreie Party. Natürlich wird es Gewalt geben. Und wer ist für Gewalt zuständig? Die Good Brothers natürlich. Ist doch klar. Da haben wir auch direkt ein großes Match für nächste Woche. Und zwar Hank und Tank gegen die Good Brothers. Freuen wir uns. Also die Good Brothers, die werden hier wirklich in jede relevante Rolle geschmissen, die man bei NXT auch nur so finden kann. Ich liebe es. Ich finde es toll. Wahnsinn. Ja, bald nochmal Good Brothers gegen Gallows. So eine Best-of-Seven-Serie. Oh, Gottes Willen. Das wäre, glaube ich, wirklich das langweiligste, was ich mir vorstellen könnte. Gallows gegen die Good Brothers in einer Best-of-Seven-Serie. Also, wenn ihr was zum Einschlafen braucht, dann auf jeden Fall dieses Match. Ja, und wenn ihr wach werden wollt, dann schaut ihr NXT weiter. Denn NXT geht jetzt den nächsten Schritt. Wird jetzt eingeblendet, ne? Denn NXT geht jetzt on the road again. Ist das krass, ne? Geil. Wir gehen auf einen neuen Sender, The CW. Das ist ein großer Sender, ne? Da laufen viele Serien und so. 1. Oktober ist die erste Folge und die wird live aus Chicago sein. Und da ist kein geringerer zu Gast als CM Punk. Eine Woche später, zweite Folge, ist in St. Louis. Und wer kommt aus St. Louis? Randy fucking Orton. Der ist nicht nur in Berlin da. Randy Orton ist auch bei NXT da. Das ist dann das Debüt auf den neuen Sender. Es ist noch nicht klar, ob man da generell auf der Road bleibt. Also, es kann sein, wenn das gut läuft, dass NXT regelmäßig aus solchen großen Hallen, das sind Main-Event-Hallen, ne? Gucken, ob sie die füllen. Wenn das funktioniert, bleiben sie on the road. Wenn nicht, gehen sie wahrscheinlich wieder zurück ins Performance-Sender. Aber krass, da steht uns ja einiges bevor. Sind das Main-Event-Hallen? Hast du mal geguckt, wie viel Kapazität die haben? Ja, haben sie gesagt. Weiß ich nicht, aber die haben gesagt, das sind also so 10.000-plus-Hallen auf alle Fälle. Okay. Das wäre krass. Also, wir haben ja bei Takeovers und jetzt auch vergangenen Premium-Live-Events gesehen von NXT, die ziehen da auf jeden Fall ordentlich. Und die Marke NXT wächst stetig und stetig. Von daher, ich würde es freuen, wenn sie jetzt wieder auf Tour gehen und das auch gut läuft und die dann auch größere Hallen als eine Full-Sale-Arena ausverkaufen können. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich denke, das wird so der Richtungspfeiler sein mit Chicago und St. Louis. Finde ich auch geil. Du hast einfach keinen Bock, die wichtigsten Talente aus dem Main-Roster zur NXT fliegen zu lassen. Deswegen nimmst du einfach die, die eh in dieser Stadt wohnen und schickst sie zu NXT. Punk, du bist eh hier. Geht zu NXT. Ja, das stimmt schon, aber es ist ein sehr mutiger Schritt auf alle Fälle. Aber wenn es funktioniert, dann wäre das schon ein ziemlich großer Schritt. Und natürlich auch der erste Schritt für die ganzen Talente bei NXT, für die ganzen Rookies, die das erste Mal dann auch auf nationale Tour gehen, wenn das funktioniert. Ja, ja. Die müssen sich dann ja auch an das Roadtrip-Leben gewinnen. Performance Center hast du ja immer eine sehr leichte Crowd. Das sind ja immer die gleichen mehr oder weniger und da bist du angefeuert ohne Ende. Und wenn du dann von einer Halle bist, die vielleicht auch gar nicht gefüllt ist, also vielleicht geht es ja auch nicht gut und dann kommen da nur 3.000 Leute und die haben dann auch keinen Bock. Die sind dann nur für Randy Orton da. Dann wird es auch nicht leicht. Aber man hat offensichtlich jetzt wohl doch irgendwie die Stars. Und wenn du jetzt, also Frauen-Roster, wenn da jetzt Tiffany Van Koehr kommt und Julia kommt, dann hast du da die Stars. Du hast die TNA-Cooperation und dann, wer weiß, wer weiß, wenn es funktioniert, wenn du einen neuen Brand aufbaust. Es ist sehr spannend. Und wenn es nicht klappt, dann geht es für uns. Dann sind wir halt wieder weg von YouTube. Dann ist das halt so. Was soll man machen? Ich habe noch ein Match für dich, mein lieber Per. Das ist ein schönes Match. Es ist Vren Sinclair gegen Kendall Gray und die Stakes könnten nicht höher sein. Also Kendall Gray ist bekannt dadurch, dass sie ständig Miles Born attackiert. Warum auch immer. Und Vren Sinclair hat ja gesagt, man hat ja gesagt, sie kommt in die No-Quarter-Catch-Crew, die aktuell nur an der No-One-Catch-Crew ist, wenn sie gewinnt. Und dann bekommt auch Charlie Dempsey sein Match. Wichtig. Carly Braid ist mit dabei. Das ist klar. Ich habe sie erkannt. Und Miles Born, der stürzt so ein bisschen unglücklich, als er sich rächen will. Ich habe das alles nicht verstanden. Jetzt geht er auf den Apron, lenkt ab. Charlie Dempsey, der denkt kurz drüber nach, der Vren zu helfen, weil es geht ja um seine Sache. Macht das aber doch nicht. Das ist alles ziemlich undurchsichtlich. Also das ist nicht gut koordiniert, muss ich sagen. Aber Vren Sinclair gewinnt. Das ist schön. Unsere Miss Juni, wir haben sie immer gefeiert. Sie ist jetzt offizielles Mitglied der No-Quarter-Catch-Crew. Und der Don wird jetzt nächste Woche antreten gegen Charlie Dempsey. Und der will ja wieder Heritage Cup Champion werden. Der Charlie Dempsey, der war hin und her gerissen. Der wusste nicht so ganz, ne? Ach, scheiße. Will ich die jetzt in meiner Gruppierung haben? Ach, scheiße. Dann kriege ich auch nicht das Heritage Cup Match. Ja, am Ende hat sie gewonnen und er kriegt sein Match. Und sie ist jetzt in der No-Quarter-Catch-Crew und am Ende macht sogar der Charlie Dempsey dann ganz zwar etwas zurückhaltend, aber er macht das Gangstein. Er macht das Gangstein und wir haben eine Dame in der No-Quarter-Catch-Crew bald im Kofferraum entsorgt. Das hat es früher nicht gegeben. Ja, naja, eben. Ich wollte gerade sagen, also das ist doch eigentlich was Positives, ne? Weil der Don hat ja gesagt, es ist immer schwierig, wenn man so Frauen entsorgen will. Da hört es dann so ein bisschen auf. Aber jetzt ist sie offizielles Mitglied. Das heißt, wenn sie nächstes Mal verliert, da wird ja auch ein Tevin Heitz nichts dagegen sagen. Dann wird die einfach getrunkt. Tschüss. Eben. Ja, Pech gehabt. Und dann sind sie wieder zu dritt. Also das kann durchaus sein und ich finde das auch sehr lustig, wenn man es so machen würde. Was macht denn jetzt eigentlich der David Kim? Weiß man das? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe nicht gelesen, dass der entlassen wurde oder dass er bei AW Dark, da gibt es gar nicht mehr, ne? Dass er bei AW aufgetaucht ist, keine Ahnung, was mit dem ist. Also der Letzte, der im See ertrunken ist, ist ja tatsächlich bei AW Dark damals aufgetaucht dann. Ja, naja, eben. Wir wissen es auch alle, ne? Jetzt haben wir noch einen Clip. Ich würde dir ja gerne sagen, was erzählt wird, aber naja, also Jivan Evans, ne? Ja. Wollt ihr mehr über mich wissen? Das ist ein Clip. Wir hatten ja schon mal was gehabt, wo man gezeigt hat, wie so seine Jugend und so. Und ich so, ja, ich würde gerne, aber mach den Mund auf. Ja, mach den Mund auf. Das ist das Traurige. Ihr habt eine Familie, ihr habt einen Lehrer und ich bin zum College gegangen und dann wurde ich ein Wrestler und ich wurde trainiert von Matt Bloom und ich darf nicht sagen, dass der Lortensa heißt. Das war so der Inhalt. Also, er ist mir komplett, komplett bekloppt, dieses Segment, weißt du? Willst du was über den erfahren und droppt er einfach so, ja. Also, mein Trainer ist jetzt übrigens Matt Bloom, der hieß damals Lortensai. Und alle, die halt älter sind als ich zumindest, weil ich bin ja auch in der Generation aufgewachsen, wo ich dann Lortensai, also Matt Bloom wirklich in der Lortensai-Rolle kennengelernt habe. Aber, dass der auch mal früher A-Train war und dass er eigentlich schon ewig bei der BWE ist, das wird er gar nicht erwähnt, weil einfach... Teil der Undertaker-Streak. Ja, er ist Teil der Undertaker-Streak, genau. Und weil Javon Evans hat einfach, der ist 20, der Junge ist sogar fünf Jahre jünger als ich nochmal, ne? Er kennt halt Matt Bloom nur als Lortensai. Das finde ich einfach geil irgendwie. Dann habe ich ihn gefragt, wie er die Tattoos aus dem Gesicht weggekriegt hat. Und übrigens, das möchte ich auch nochmal hervorheben, als er dann gefragt wird vom Producer, ja, wo siehst du dich in zehn Jahren? Dann wäre der gute Mann übrigens 30 und er so, ja, also, keine Ahnung, gucken wir mal, was auf mich zukommt. Bouncy, bouncy, bouncy. Also der Typ hat gar keine Ahnung, was er jemals im Wrestling erreichen will. Der will einfach Spaß haben. Der geht ein bisschen ab, vielleicht redet der irgendwann mal anständig. Keine Ahnung. Aber der hat einfach nur Spaß. Der lebt sein bestes Leben gerade. Ich gönne es ihm. Ja, so ein Logopäde, das wäre die lustigste Antwort. Wo siehst du die CD an beim Logopäden? Ja. Kann helfen. Es kann helfen. Ich sage das nur als Tipp. Also wenn du eine Karriere in der WWE machen willst, dann solltest du nicht nur schon das eine. Ich bin auch frei. Ich habe noch einen Platz. Ich habe noch einen Platz bei mir. Ist gut. Ja, und ich habe eine Fliege. In dem Augenblick kommt eine Fliege. Also, ich habe die Idee, also ich weiß, warum der so ist. Der war so ein bisschen verperlt und so. Der hat ja keine Ahnung gehabt, was da gerade Sache war. Der ist ja, der wiegt ja so 25 Kilo oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass der einmal bei Bukati vorbeigegangen ist und dann hat er ein bisschen was Rauch abgekriegt und deswegen, der ist komplett durch. Das wäre so das Klischee-Ding, dass der halt echt in seiner Jugend schon viel gekifft hat und deswegen so ist. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Bei 25 Kilo, da ziehst du einmal, dann ist es vorbei. Der ist nur bei Bukati vorbeigelaufen in der Kabine. Das kann sein. Immer nur dran gerochen. Eingeatmet. Apropos, hast du was mitgekriegt? Snoop Dog? Snoop Dog bei Olympia? Mhm. Der ist ja jetzt immer da so lustig, ne? Nee, das hat er nicht. Ja, der war mal mit der Facke ein bisschen unterwegs. Der verkleidet sich so als Reiter und als alles. Sehr lustig. Der ist Co-Kommentator für den US-Sender und das macht er nicht einfach so. Ich habe das gelesen. Der kriegt 500.000 Dollar jeden Tag. Am Ende wird er 15 Millionen Dollar bekommen dafür, dass er bei Olympia war zwei Wochen. Also insofern geiler Typ. Kann man mal so machen. Aber wollte der nicht irgendwie aufhören zu kiffen? Habe ich da was gelesen. hat wohl nicht geklappt. Kann ich dir nicht sagen. Hat der nicht so eine Kifferfirma? So eine Anbau-Irgendwas-Geschichte? Ja, safe. Hat der. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja jetzt auch erlaubt. Darf man ja auch. Nee, ist gut. Aber 15 Millionen Dollar kann man mal so machen. Dafür, dass die Sportler ungefähr 0 Euro kriegen für eine Goldmedaille, ist das schon ziemlich viel. Kann man mal so machen. Na, das stimmt tatsächlich nicht, dass sie 0 Euro bekommen. Naja, die kriegen von den Verwendern ein bisschen was. Von Olympia kriegen die gar nichts. Olympia macht zig Milliarden Gewinn, aber da wird nichts ausgeschüttet. Nee, genau. Also wenn ein deutscher Athlet eine Medaille gewinnt, dann kriegt der vom Deutschen Olympischen Sportbund was ausgezahlt. Ja, genau. Das zahlen wir dann selber. Aber was ist, wenn einer irgendwo auf Fidschi-Inseln gewinnt oder so, da ist dann vielleicht nicht so die Sportbund. Ich weiß mal nicht. Vielleicht wird der auch verstoßen danach. Ja, Fidschi hat dieses Jahr nicht Gold gewonnen worden. Das war ein bisschen krass für die. Wollten die ja eigentlich. Haben die mal Gold gewonnen? Echt? Ja, Rugby. Hallo? Ah, stimmt. Die haben zweimal Rugby-Gold und dieses Jahr nicht Frankreich. Das war das krasse. Glückwunsch. Herzlich willkommen zu unserer Olympia-Review. Willst du dir? Wir haben noch Zeit, Pär. Es ist doch nur NXT. Was soll's? Wir übertreiben wieder. Macht doch nichts. Also Snoop Dogg, das war jetzt, das wollte ich nochmal so sagen, 15 Millionen Dollar. Jetzt kommt Oberfemi, der verdient keine 15 Millionen Dollar, aber vielleicht bald. Vielleicht bald. Der kommt jetzt auf den Parkplatz und zwar war er gerade in einem Meeting mit Ava. Nächste Woche wird es eine Open Challenge geben, so habe ich das verstanden. Das ist so das Gute. Und jetzt kommt die Family und geht da vorbei und sagt jetzt, ja, nächste Woche Heritage Cup ist jetzt auch fix. Jetzt ist das schon das zweite Mal, dass die bei wem vorbeigegangen sind, ne? Nee. Nee, Quatsch, das war die Rache. Das war die Rache, ja, ja. Man hat das umgedreht. Oberfemi wollte noch was sagen und dann kommt die Family und unterbricht ihm, nachdem er ja sie unterbrochen hat früher am Abend. Da bin ich mal gespannt, wer die Open Challenge an dem nächste Woche. Ist das Stacks? Stacks, ja. Gut. Main Event, mein lieber Pär. Main Event, jetzt wird's schnell. Jetzt wird's, also, Axi und Mason Fraser, unsere Tag Team Champions gegen MSK. Zwei Wesleys. Ja, also das ist zu schnell, das Match. Das kann man auch reinig erklären, was da alles passiert. Das ist halt so schnell, schnell, schnell. Spanish Fly von Axiom, die heißt ja bei dem nur Fly, Phoenix Flash, alles drin. Jetzt kickt der Axiom aus Versehen, Mason Fraser. Oh nein. Da wird gerade so noch ausgekickt. Das war's. Das war's bei denen. Jetzt kämpfen die aber wieder zusammen. Die schmeißen, die raufen sich zusammen, schweißen sich zusammen und die verteidigen. Das fand ich so lustig. Alle haben gedacht, MSK gewinnt. Ich hab's gedacht. Nein, nein. Axiom und Mason Fraser haben gewonnen. Das hast du echt gedacht. Ich hab gedacht, ja klar, so wie die das noch so angespielt haben. Axiom und Fraser, da läuft's nicht mehr. Die haben jetzt letztes nochmal so gerade so eben verteidigt. Ja, okay, stimmt. Und MSK. Und MSK, die jetzt ihren großen Traum, den Till, die sie nie verloren haben und die verlieren einfach. Ich fand's so lustig. Hätte man denken können, ja, dass, also wir freuen uns natürlich, wenn MSK verliert, ja. Also wir wünschen ihnen immer nur das Schlechteste in ihrer Karriere. Zumindest Wes Lee. Ich würde dir jetzt ganz gerne was zum Match sagen, aber ich hab tatsächlich einmal geblinzelt und war schon beim Finish angekommen. Deswegen kann ich dir nur was zum Finish sagen. Ich kann dir nur was zum Finish sagen. Und das Finish war bekloppt, weil der Wes Lee kickt erst aus, ne? Und der Zachary Wentz war schon quasi auf dem Apron und wollte greifen, slidet dann wieder runter und dann kriegt Wes Lee den nächsten Finish ab und wird dann durchgepinned. Und der hängt da schon wieder so und tut so, als ob er jetzt helfen wollen würde. Wo ich mir denke, Alter, du warst doch gerade schon am Stehen. Du hingst doch schon auf dem Apron und warst auf dem Weg zum Ring. Wieso bist du wieder runtergeslidet? was war das denn für ein scheiß Finish? Junge. Es ist doch egal. Hauptsache MSK hat verloren. Ich fand das so, ich hätte das nicht gedacht und ich glaube, in der Halle hätte es auch keiner gedacht. Das war schon ein cooler Moment. Vor allem auch, wie die ganze Show aufgebaut war. Du hast halt diese, diese, diese beiden Titelmatches vorher, die wir gehabt haben, die waren völlig belanglos, selbst das World-Title-Match. Und dann, ja, jetzt der große Main Event. Also es hat alles drauf hingespielt. Das wäre nicht gut gemacht. Nee. So, aber es ist ja noch nicht zu Ende. Und jetzt kommt's. Handshake, ne? Also wir mögen sich alle. Wunderbar. Da habe ich mir gedacht, eigentlich brauchen die doch jetzt den vierten Wesley, um noch irgendwie was zu schaffen. Das war meine Idee. Ja, aber nee, jetzt kommt der beste Wesley-Moment aller Zeiten. Oh, war das gut. Der Wesley, einfach jetzt ein super Kick an Trey Miguel. Zack, rein und dann kickt er den Second Revenge auch noch in die kleinen Nish-Katers rein. Haha, du hast mich alleine gelassen. Ich war all die Jahre alleine. Tschüss, tschüss, dann wirft er den Miguel, wirft er den doch vor die Marikade und haut den Wenz gegen die Treppe. No more Ruskles, habe ich mir gedacht. MSKO. Ha, wie lustig war das? Wesley hat sie alle verarscht. Alte Sau. Auf einmal ist das interessant. Wollte gerade sagen, die wollen uns jetzt den Wesley hier interessant machen. Das ist nicht mehr mein NX-Ziel, was hier passiert. Die haben safe unsere Podcast gehört. Die haben gehört, wie wir jede Woche über den Wesley ablästern und sagen, was der eigentlich für eine Dumpfbacke ist und dass man mit dem gar keine Entwicklung hingenommen hat in den letzten zwei Jahren. und jetzt turnt er da einfach hier. Wahnsinn. Er turnt einfach hier gegen die Rascals und ich finde es geil. Ich bin ehrlich, ich finde es geil. Ich dachte, der wäre der Gute, deswegen habe ich mich so gefreut. Der hat zwei Wesleys ins Gesicht getreten. Stimmt. Eigentlich war das ein Doppelface-Turn. Scheiße. Doppelface-Turn. Also, der hat sich vor drei Wochen geklont und jetzt hat er seine Klone umgebracht. Genau. Genau. Das ist so iRobot-mäßig. Ja. Ja, aber es macht Sinn. Er war wirklich immer ganz alleine. Und erinnerst du dich noch an die Phase, als Zachary Vance entlassen wurde von WWE und er dann ja wirklich so dieser deprimierte, depressive Mann war, der immer alleine im Backstage rumgelaufen ist, bis er dann ja zu dieser langen Title, zu dem langen Title Run kam mit dem North American Championship. Da war ja wirklich ganz viel Depression am Start für den Wrestling. Von daher, Storytelling-mäßig, finde ich das eigentlich geil, wie man das aufgreift von damals. Finde ich gut. Und die Frage ist, was macht man jetzt? Hat man jetzt gerade die Rascals wieder zu TNA geschickt und gesagt, gut, danke, dass ihr hier wart. Jetzt könnt ihr wieder rüber gehen oder gibt es da jetzt nächste Woche irgendwie ein Match noch gegen einen von beiden? Ja. Wir haben nächste Woche eine Open Challenge für den North American Title. Macht dir nichts vor. Bitte nicht. Mach nicht so. Wir sind raus. Danke schön. Und auf Wiedersehen. Haltet die Hände über der Bett. Nein, wir müssen noch zum Fazit. Also NXT. Gottes Willen, habe ich gar nicht dran gedacht. Scheiße. Aber es war trotzdem krass. Man hätte es ja auch andersrum machen können. Eigentlich wäre jetzt wieder so, dass er von seinen Freunden betrogen wird. Dass sie sagen, wir haben nicht nur verarscht, aber nein. Eigentlich schon. Man hat sich immerhin getraut, Wesley endlich heel zu turnen. Also das wäre wirklich die Kirche auf der Sahnetorte gewesen, wenn die jetzt gegen den geturnt wären, um Wesley noch mehr als Face versuchen overzubringen. Aber ich bin froh. Man geht eine andere Richtung mit Wesley. Man lässt den heel turnen und ich gebe ihm tatsächlich jetzt diese Chance mit zu beweisen, dass er als heel wieder ein interessanter Charakter sein kann. Go for it. Okay. Ja, eben. Geben wir ihm die Chance. Die TNA-Termansamheit ist dann vielleicht dann auch vorbei. Die gehen dann einfach, ich weiß nicht, ob es da noch ein Match dann gibt. Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Genau. Es ist tatsächlich logisch, dass er sich dann, aus seiner Sicht wurde er ja alleine gelassen. Ja. Er stand auf einmal alleine da und es war wirklich diese Anfangszeit. Da ging es wirklich nur darum, wie kann er sich jetzt finden? Er hat immer als Tag-Team gerasselt und jetzt muss er alleine und es passt schon ins Bild irgendwo. Das ist schon in Ordnung. Jetzt hat er seine Chance noch gesucht und hat gesehen, mit denen kann ich nichts anfangen und hat jetzt sich dann geturnt. Also es war ein cooles Finish. Ich war überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet und wenn ich überrascht werde, ist es in der Regel gut. Deswegen fand ich das in Ordnung. Der ganze Glash-American-Bash so nach zwei war auch in Ordnung, aber ich fand jetzt nicht so, dass das das Mega-Highlight war. Dafür, dass man halt hier einfach wirklich drei Title-Matches angekündigt hat, also North American Title der Dame, Tag Team Title im Main Event und dann in der Midcard einfach noch so den NXT-Title hingewixt hat, hätte man sich ein bisschen mehr erwarten können. Ich glaube, ich fand fast Dach 1 sogar ein bisschen besser. Ich würde so eine 7 von 10 da geben. War okay, zwischen okay und brauchbar, würde ich sagen. Ja, also wir machen hier keine Awards. Jetzt fang nicht damit an. Wolltest du nie. Also nacht 1 hatten wir ja noch unsere JCU. Da waren wir natürlich mit Sia Hill dabei und mit den Tag Team Titles dabei und wir hatten das Konzert von Joe Henry. Also ich war generell auch schon von dem, was angekündigt war, nicht so mega gehypt auf die Show. Ich hatte gar nicht so richtig Bock gehabt. Liegt doch an meiner Abneigung gegen Eason Page. Ich kann mir dem nicht anfangen. Aber das ist doch gut, dass du eine Abneigung gegen ihn hast. Der ist ja Hill. Ja, ja, ja. Nee, ach, vielleicht überzeugt er mich ja noch. Aber im Main Event tatsächlich, Match selber war gut. Also da kann man ja auch nichts sagen. Es war halt schnell, aber es war gut. Es war halt eine Kopie von letzter Woche. Letzte Woche haben wir das Free-on-Free-Match bekommen und jetzt halt das Tag Team Match. Es war ja wirklich einfach nur eine Kopie von letzter Woche, muss man ja sagen. Ja, es fehlte Jim and Evans. Naja, das stimmt schon. Nee, aber da mit dem Twist am Ende, das hat mich überrascht. Also als sie am Ende noch so dastanden, habe ich gesagt, komm bitte, jetzt mach das einfach. Komm, mach das. Was soll's, scheiß was drauf. Und genau das hat er gemacht. Also das war schon ein cooler Moment für mich. Ansonsten, auch das Chase Music Band, war jetzt nicht so mega lustig, diese Party. Sie hatte ihre Momente, muss man sagen, die uns gefallen haben, aber einige Sachen waren auch irgendwie Käse, auch das mit den Good Brothers und was sie am Ende da wollten und ach, weiß ich nicht. Ich wollte es besser finden, als es am Ende war. Lustig war es natürlich. Also das lustigste Segment war mit der Notebook, der Catch-through, mit Ben Sinclair, wo sie anfing mit ihrem Chunken und so, wo man es sogar lustig macht. Und in Japan, das fand ich am lustigsten. Ja. Na ja. Das war wieder Quatsch dabei. Das ist ja am Ende auch kein Premium-Live-Event. Das ist ja dann nur ein Network-Special. So sieht's aus. Dann sind wir durch. Ich glaube, wir sind durch. Wir haben es tatsächlich geschafft, YouTube wieder mega zu slammen. Also die Leute klicken ja jetzt alle drauf. Da bin ich ja sehr sicher. Also wir werden ja mindestens 10.000 Aufrufe haben auf diese NXT. Safe. Safe. Deswegen. Deswegen geht davon aus, dass wir nächste Woche dann, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Mal schauen. Irgendwo. Im Weltall. Mal schauen. Vielleicht auf YouTube. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Wahrscheinlich nicht. Aber wir bleiben auf alle Fälle. Wir machen es weiter jede Woche. Und wenn wir nicht auf YouTube sind, sind wir woanders. Spotify, iTunes. Auf der Website. Das sage ich viel zu selten. Spotify.de. Da könnt ihr alles hören von uns. Da ist alles gebündelt. Kriegt ihr alles mit. Das ist eigentlich am einfachsten. Ich glaube, 17 Prozent oder so habe ich gehört. Was hat der Tobi gesagt? Das machen verhältnismäßig viele und ich tease das nie, weil ich blöd bin. Geht einfach mal auf Spotify.de. Da könnt ihr das auch alles. Ansonsten natürlich fett schön so einen Kanalmitglieder. Euch lieben wir ganz besonders. Unterstützt das Projekt. Gib mir Geld. Dann halte ich weiterhin die Hände über der Betteck. Dankeschön und auf Wiedersehen.